Was geht Leute? Mein Name ist Lote Danny Ich bin back bei Kill the Plumber 2 Ich hab damals den ersten Teil gespielt und zwar geht es in diesem Spiel drum Ihr wisst ja alle, Mario stirbt normalerweise nie Aber in diesem Spiel ist es das Ziel Mario zu töten Das war auch im ersten Teil so Der zweite Teil ist Dost, ich hab ihn bei Silver Games gesehen Ich wusste heute nicht wirklich, was ich zocken soll Ich wollte dich nur Until Dawn zeigen Für die Leute, die das Display nicht verfolgen Deswegen, äh, ja, keine Sorge Bald ist es vorbei, irgendwann Und dann geht es natürlich noch mal weiter Nur, ich mag es mal wieder so eine Art Let's Play auf dem Kanal zu haben Ich finde dieses Feeling mal ganz gut Erinnert mich so leicht an die Heavy Rain Zeiten damals Die ich sehr geliebt habe, okay Ich liebe diese Zeiten, wenn man ein Spiel hat, wo die Story geil ist Und es macht dann auch verdammt viel Spaß Aber nichtsdestotrotz, wir spielen heute das By the way, es ist der zweite Teil Ähm, ihr seht, es startet Wenn ich Play drücke bei Walt Bei hier, ähm, nee, wir müssen hiermit anfangen Also lasst uns loslegen Und sehen, wie wir ihn töten, okay Äh, Peach wurde entführt He's heading for the princess Destroy him Ja, die Bösewichte Mario versuchen jetzt, Prinzessin Peach zu retten Und jetzt sind wir derjenige Ha Dann wirst du, Bitch Yeah, okay, erstlevel geschafft Ziemlich easy Kein Problem Kann ich springen? Nein Moment mal Ich renne What the fuck Was soll ich tun? Ich weiß was Er kann hier nicht springen Nein Oh shit, du loser Alter Oh my god Er beendet die ganze Zeit lang Ich bin übrigens der Gumba hier Yeah Nein, er ist auf mich Oh my god What the fuck Ich verstehe es nicht Ich kann auch nicht springen oder so Okay, wissen wir was Ich renne komplett nach links Oh yeah Yeah Nice Hat zwar ein paar Jahre lang gedauert Aber okay Nächstes Level Let's go Okay Äh, oh man Then Oh my Nein, nein Ja, ja, ja Oh my god Du Arschloch Oh ja Oh my god Das kann Alter Das kann nicht sein Ey, so anstrengend, ne Oh my god Dieser Arschloch Ich bekomme nichts Levelchen Alter Oh my god Wie ich dich hasse, du Huren Wie ich dich hasse Oh my god Ja Mann Wie soll ich Das Spiel ist so schwer Oh Da heißt es schon wieder Ich hab ihn Yeah Nice Wir haben ihn I5 3, 2, 1 Psst Mit drei Sternen Okay, let's go What the fuck Wir sind zwei So Und Yeah Easy Let's go, baby Nice Mario, das alte, der alte Sack Oh, what the fuck Müssen wir da hin Was ist das Hä Okay Ich hab keine Ahnung Aber es waren wieder drei Sterne, oder Ja, drei Sterne Amazing, my friends Schau Oh, wie könnte ich Autsch Ist das weh, du Arschloch Nein Okay Hä Was Schon wieder Yeah Easy Ich wusste Ich wusste Wie es geht Nice Yeah Okay, let's go What the shit Mario's Vogel Oh my god Mario's Vogel So So Und Yay Easy Let's go, baby Nice Okay, wir haben es einfach geschafft Ich glaube, ich spiele Oh Hilfe What the shit Was ist das Nein Er muss Oh Gott Autsch Oh nein Er wird erstmal die Münze einsammeln, Leute Er wird die Münze einsammeln Und versuchen uns zu töten Oh Gott Oh my god Autsch Wo soll ich stehen Oh my god Okay, wenn ich hier stehen bleibe, es geht nicht, okay Ich hab die Schnauze voll So Und jetzt nach da Und jetzt nach links Nach links Nach links Nach links Schon wieder Er totert mich die ganze Zeit Oh my god Ich weiß, wie es geht Nein Oder auch nicht Oh god Autsch Erstmal komplett nach links Was ist eigentlich Mario Das Eichhörnchen Sieht übertrieben so aus So Nein Oh Gott Yeah Easy Let's go, baby Nice Man muss einfach immer wieder spielen Da weiß man irgendwann, wo er hinfliegt Okay Äh, was ist das? Oh Ich kann hoch springen Das ist episch Wir sind ja nicht mal im Goomba oder sowas Das ist richtig So eine Schlappe Jetzt bin ich auf dir drauf Das ist episch Dass wir Payback an Mario bekommen Was soll ich hier tun? Hä? Moment mal Wow Ich hab ne Socke, die ich werfen kann Was ist das? Oh my god Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll Okay, ich weiß was Hoch Nein Ich hab keine Ahnung Was soll ich mit der Socke anstellen? Was zum Teufel? Oh my god Nimm das, du Arschloch Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll So, was passiert? Ne, das geht nicht I don't know man I don't know What the Alter, was ist das? Ah So Nicht fang Oh, ich verstehe Habt ihr das gesehen? Die Socke fliegt zurück Holy shit Ah, nein, 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 nein Falsche Richtung Wenn man sie nach da wirft Fliegt sie ganz nach links What the fuck ist das für ne Socke? Okay, so Ich hab so viele, ich kann Yay What the fuck ist das? Okay Das ist episch Ich kann Socken werfen, du Arschloch Holy shit, ist das schnell So Oh, nein Nimm das Yay Easy Let's go, baby Nice Good job Sehr gut Du kennst die Power der Socken nicht Oh Gott Yay Schon wieder I'm so pro, man Episch Okay, let's go Nächste Welt Nein Was kann ich Ich kann nichts tun als Hä? Okay, was soll ich tun? Okay Hä? Okay Ich hab gar keine Ahnung Ich hab sowas von null Ahnung Aber ich akzeptiere es einfach mal Wieso nicht? Oh Gott, nein Autsch Oh nein Ich bin ein Goomba Die dürfen hier, ich glaube, keinen richtigen Goombas nehmen Hat bestens geklappt, okay So Ja, nice Richtige Richtung, baby Let's go Mario Cleared I don't know, man Aber ich hab's geschafft Nice What the fuck Ah, genau da Okay, ich weiß, wie's geht What the Alter, was ist das? So Nein Ich hab keine Ahnung Ah Nee, nee, nee Vielleicht so Er fliegt da nicht rein Ich muss irgendwas mit ihm anstellen Kann mir erstmal jemand erklären Ich geh mal mit ihm so Was bringt das? Alter, was soll ich hier tun? Ich hab gar keine Ahnung Alter, das ist ja wirklich schwer Hä? Okay, ich check's gar nicht I don't know, man Moment mal Ich kann sogar hier gegen den Boden schlagen Oh What the shit Ich verstehe So So Nein Hä? Wie schnell soll das denn bitte gehen? Oh Alter What the shit War's das? Nein Das war So lächerlich Nein Okay, das hat zu lange dauert Er würde einfach durchfliegen Holy shit Okay So 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 Nein, es geht nicht Mario Mama Mia Nein, nein, nein Das hat zu lange dauert Oh Gott Okay, ganz schnell So Oh Wenn das nicht Alter, war das schnell Oh mein Yay Episch Diese Level sind schwer Alter, Schwede Das Video Das Spiel ist gar nicht so gut bewertet Aber ich find's Echt nicht Hammer Nein Okay, wieder so ein schweres Level Okay, das ist lächerlich Ich glaube, wir müssen Ja, ja Es sieht schon mal besser aus Hä? Ich glaube, wir müssen ihn so Dass er gegen die Wand kommt Wow Ist ein scheiß ernst, Alter So Aktivier mich Alter Er will nicht Es ist frech Wow Er hat mich um Alter Ist ein scheiß ernst Na Oh, das war ultra Mega knapp So So könnte es Es könnte so sein Aber es ist einfach falsch Leider Nein Nein Scheiß ernst Mario Oh mein Gott Wenn ich nur wüsste Was ich falsch mache Kann ich nicht eigentlich nicht Ich kann keine Socken werfen, ne Nope Ich kann keine Socken werfen Äh, ja Ich hab keine Ahnung Ich glaub, wir müssen so Hier warten Was? Oh, seid scheiß ernst Ja, genau Yeah Äh Keine Ahnung, wie ich das dort gemacht habe Aber ich hab ihn besiegt Episch New best Yeah Äh, ich geh mal kurz in mein Menü Um zu gucken, wo wir eigentlich sind gerade Wir sind gerade Okay Okay Das Keiner darf sterben Okay Okay, so runter Oh Gott Oh nein Okay, shit So Ich weiß was Oh nein, nein, nein Oh, das war so schlecht, ne Das muss perfekt hier landen Nein Das kann nicht sein So, nice Na, ja Geht's? Nein Okay, ich weiß wie, glaub ich Wenn wir zwei abwerfen Oder wir werfen gleich drei ab So Geht's? Nein Ah, ich glaub, wir müssen Ich weiß was So hinstellen, glaub ich Nein, das war schlecht Okay Auch schlecht Wozu, glaube ich, muss ich mich hinstellen Damit ich da lande Okay Okay Es läuft der Und jetzt kommt der dritte Nice, baby Let's go Das ist episch Oh yeah Okay, Moment mal Ein Moment Was ist das? Ah Oh, ich weiß wie Okay, das ist ja alles andere als schwer Lol Das ist ja sogar ziemlich easy Okay, so Oh Ey, was? Ich hab mir getötet Ey, es gab einen von mir, der war sichtbar Aber da hinten sichtbar Hinter der Keine Ahnung Okay Du bekommst sie nicht Komm her, bitch Nein Er hat sie bekommen Okay, nicht schlecht Nicht schlecht Nicht schlecht Wir machen die ein bisschen geteilter So und jetzt Attacke, Männer Oh mein Gott Er hat die umgebracht Alter, ich verstehe es nicht So vielleicht So und jetzt zurück Oh mein Oh mein Dieses Arschloch Holy shit Ist das ein Arschloch So Und jetzt so Ah, das geht nicht Nicht getroffen So Hallo Hä? Kann mir das mal erklären, was das Problem ist? Was wird er denn von mir? Man darf auch keinen sterben lassen Das ist irgendwie komisch Das ist verdammt, verdammt komisch I don't know Ah, nee Okay Er darf auf jeden springen Ist schon mal gut zu wissen Wir müssen das auf ihn werfen irgendwie Ist aber echt nicht einfach Es ist verdammt schwer eigentlich Um ganz ehrlich zu sein Was? I don't know, man Was soll ich tun? Lauf los Hey Wollt ihr mich verarschen? So Lauf, lauf Und jetzt Nein, okay Keine Ahnung Jetzt Und Was? Alter Kann mir das mal jemand erklären Wie das funktionieren soll? Hä? Ich verstehe es nicht Wieso mal ihn töten? So Einen hier Um Ab vielleicht ins Ziel Ich bring dir mal ins Ziel Mal sehen Ich verstehe es nicht Okay So Vielleicht So Nein Wenn ich das wüsste Wie es funktionieren soll Ich war so glücklich So glücklich Alter Der springt einfach auf die Ich würde sagen Dass man die auf ihn fallen lassen muss Also Zwei sind hier Und jetzt Kommt er Und jetzt Aber er tötet sie trotzdem Vielleicht muss ich ja genau auf ihm landen Und jetzt Und 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 Immer noch Sein Ernst Wow Ich verstehe es nicht Nein Arschloch Yay What the fuck Okay Ich habe keine Ahnung wie ich das gemacht habe Meinetwegen Okay Ich werde das Video vorher das mal stehen lassen Ich finde euch das Game in der Beschreibung Es gibt auch mehr Level die man spielen kann Ihr könnt sie selber spielen Also vielen Dank für euch schauen Wenn es euch gefallen Dann zeigt wie Bad ist Ihr seid und liken das Video Schau auf mein Klub Wenn mehr Videos sehen Die ich wohl hier habe Oder abonniere Jetzt um unser Joveitschnitten Ich werde nicht im nächsten Video wiedersehen Dann sage ich mir immer noch Drei Zwei Eins Schau